Hast du auch schon einen Blick riskiert, während wir hier den Porsche von Kohlström, Wahlbär, Elm in den Leitplanken sehen, nach diesem Ausrutscher? Hast du auch schon mal einen Blick auf den Apollo riskiert? Ja, absolut. Weil, sage ich mal, allein, dass ich mit dem Dirk bin, ich bin mit dem Heinz. Von der Seite her, zu gucken wir natürlich schon, was die zwei machen. Und dann wirkt man schon mal näher ans Auto und schaut sich genau an, was da eigentlich passiert. Und ich muss sagen, wirklich Respekt, in der kurzen Zeit sowas auf die Beine zu schieben.